So, Test, Test, 1, 2, 3. Bist echt wunderschön. Thank you. Ja. Denkste? Ja. So, Leute, herzlich willkommen. Nein, das geht so nicht. Komm, wenn ich hier sitze. So, Leute, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Channel. Wie ihr seht, haben wir uns dazu entschieden, ja, jetzt auf YouTube einfach mal so ein bisschen unsere private Seite zu zeigen. Ja. Einfach mal zu zeigen, wie wir so ungefiltert Gespräche führen, insbesondere über, ja, Themen von A bis Z, die vielleicht auch das ein oder andere politische Denken vertreten, Ansichten vielleicht, ja, zu den Umschwüngen, die so in der Welt passieren, aber auch zu uns als Personen, zu unseren Problemchen untereinander, miteinander. Und da wollten wir gerne einfach öfter unsere Meinung äußern, euch quasi unseren Blickwinkel mit auf den Weg zu geben, weil wir finden, dass es sehr wichtig ist, dass man einfach diverse Punkte auch von mehreren Seiten beleuchtet und betrachtet, um sich dann eine eigene Meinung bilden zu können und nicht das zu glauben, was irgendwie die breiteste Masse und die größte Masse jemanden versucht aufzutischen. Ja, und ich denke, für viele ist das vielleicht auch mal ganz besonders interessant, uns jetzt auch einfach mal zu sehen, wie wir hier jetzt gerade einfach mal zu Hause in natürlicher Atmosphäre ohne Stressfaktoren einfach mal so sind, wie wir sind, wie wir auch untereinander sind, wie wir miteinander inzwischen gelernt haben zu kommunizieren. Und ja, wer Trash guckt, wer es mitbekommen hat in den Schlagzeilen, weiß ja auch unter anderem, wie wir zusammengekommen sind. Da brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Und anknüpfend daran wollen wir euch dann halt einfach mal von der Zeit, vor allem auch danach erzählen, aber vielleicht auch, was die Zeit mit uns gemacht hat, was unter anderem auch ein Grund ist, weshalb wir vieles jetzt einfach auch bereit sind, mit euch zu teilen, weil wir glauben, dass es auch viele wichtige Themen sind, die man öfter auch ansprechen sollte. Ja. Und ja. Seid gespannt. Wir werden viel Content produzieren und einfach unsere Gespräche mit euch teilen und auch sehr oft mit euch interagieren. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Themenwünsche, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir versuchen dann, auf die wichtigsten Themen einzugehen. Genau. Ich kann jetzt schon mal sagen, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, um nichts zu verpassen und wir sehen uns im nächsten Video. Gerne. Das war ein niedlicher Anfang. Wir können es aber auch nochmal machen. Ich finde es schön. Also es war halt, der erste Tag ist halt immer sehr authentisch, aber halt auch immer mit am chaotischsten, so ein bisschen. Was? Ich knallig so nur, als würdest du mich nicht kennen.